Ja, wer macht denn hier die Lampen ab? Da kommt doch gleich wieder ein Zombie. Drei oder zwei. Junge Pear, was mit deinem Schwert los ist? Du hast dropped richtig viel. Nein. Ich töte dir. Das waren zwei Basti. Oh, bei mir ist weder Redstone vor Redstone. Und Kohle. Okay, wir haben ein Safehouse. Ja, wir können auch so wieder hochgehen. Okay. Entschuldigung, ich nicht mehr gemacht. Geh mal bitte von dem Stein. Tobi, geh mal von dem Stein runter, bitte. Was mitnehmen, was die? Ja, die habe ich schon ganz viele mit. Da können wir ja irgendwie mal so eine Railstrecke rücken. Ich habe... Ich habe ein Stack Schienen, glaube ich, und ich kann jetzt nicht mehr mitnehmen. Okay, ich habe doch F310. Ich habe... Gerade habe ich 27 Schienen, aber ich habe eben schon so 20 oder so abgelegt. Vielleicht auch mehr. Ja, aber ich weiß nicht, wo ihr seid. Wo könnt ihr unser... Wohl durchgehen, Tobi. Ja, ich auch. Ich halte, wo es lang geht, glaube ich. Tobi, weißt du, wo die sind? Ja, ich bin da. Ich bin verriert. Warte, ich muss eben mein Adler-Ouge anschmeißen. Ich gehe jetzt einfach hier lang, weil das mein Adler-Instinkt sagt. Das hier, das lassen mir so vokant aus. Ich glaube, hier müssen wir runter. Nein. Nein. Dann... Oh, eins gegen eins. Rieger, eins gegen eins. Ach, gewonnen. Doch, Basti, die Zombies boxen gegen unsere Türen. Was? Was? Machen die? Die boxen gegen unsere Türen. Muss diese Aftados davon abhalten. Oh, ich habe ein bisschen verriert. Wolltest du mich bremmen? Siehst du, Tobi? Ich habe sie wieder gefunden. Sag doch Adler-Augen und so. So gut, Nick. Und ich habe Hunger. Ich glaube, ich esse noch heimliche Muffin. Ich... Ich bin da. Ich bin unser... So, das ist ein Muffin. Das kriegt ihr alle nicht mit. Ey, 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 ey. Ihr seid auch alle direkt bei mir. Ja, ich bin nur zwei Küche verbrannt. Warum ist die so? Ich war nicht gespawnt, aber die kamen. Ich bin im Häuschen. Knusper Knusper Knäuschen. Ne? Deine Mutter hat kamen im Wolfschen. Nicht? Im Wolfschen. Im Wolfschen. Im Wolfschen. Hermann bist du. Mach mal Tür-Trick. Oh mein Gott, er rennt alle drei vorbei. Ich mach hier, ich mach hier den Tobi-Style. Mach eine rechts, eine links. Mach auf! Boah! Ani Kai-Style, glaube ich. Uah! Ich hab gefurzt und hab gefurzt. Dann hat er so eklig gestrunk, ich glaube ich. Kennt ihr das, wenn ihr so furzt? Eigentlich ist das ja ganz witzig. Wenn ihr furzt und manchmal ist es euch stinkt, dass es euch schlecht wird. Das finde ich immer lustig. Mach mal die Tür auf. Ich wollte eben... Oh, Pilze. Betten. Und Sättel. Achso, die Tür auf. Kannst du das nicht? Das ist ganz schön mit den Fackeln. Das einzige was ist... Ey, hier ist ein verbauter Bogen. Das fehlt hier nicht. Ja, ich weiß ja, ich hab schon im Skelett gebrofft. Ich dachte vielleicht... Alter, wie viele Sättel wir eigentlich haben. Tobi, was machst du? Gleich ist es hier dunkel drin. Sechs Sättel. Mach mal die ganzen Fackeln ab hier. Und hier sind elf Diamanten schon drin. Hallo, Tobi? Was machst du da? Tobi hat wieder einen Ausraster. Tobi hat wieder einen Ausraster. Wir müssen seine Eltern anrufen. Sie müssen sie wieder wegschweren. So, Hennigarten. Ja. Sogar die Hunde wollen... Ich seh einer hier. Moped von hier. Und das heißt schon was. Nämlich, dass die Hunde hier... Ja, gehen wir zu hoch. Ne, ich hab hier noch... Ich hab hier noch... Das ist doch erstmal alles noch verkokelen und so. Ich hab noch einen neuen Gang gefunden. Ich hab hier noch mal... Ich hab hier noch mal... Also, soll ich hier alleine gucken gehen? Oder wollt ihr hier mitkommen? Hier haben wir uns alleine. Oh, war das laut? Ich hab Niesen und da konnte ich nicht mehr mühen und dann hab ich so Mut zugemacht. Das ist richtig eklig. Jetzt hab ich alles in der Nase. Ja. Ja, so kann man den Ofen noch nicht öffnen, ja? Redstone. Dann können wir ja so richtig kompliziert werden. Ja. Ja, wir können die noch... Ey, lasst mal... Soll ich die Klingel bauen? Ich kann das noch. Aber ich weiß... Ja. Die Türklingel... Nein, ne Gartenklingel... Uhhhhhhhhh! Das kommt dann so, wenn man klingelt... Ring, 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 Ring... Nein, das kann ich nicht. Banana Stone. Ich hab' was gibt. Ich baue uns jetzt ein Schlaflager. Oh, so müssen wir ja auch für immer hier unten leben. Dann sind wir irgendwann weiß im Sand. Höhlenmenschen! Warum schreist du jetzt so? Höhlenmenschen! Schreie nicht so! Schreie nicht so! Nervnös! Alte! Oh, ich höre nicht hier! Ein Zombie! Einen Zombie! Killer, dass ich nur von Togenewood Pickaxe hab! Und ehrlich, das Spiel ist so unlogisch, als ob man überhaupt so Steine so... Das bricht auseinander direkt! Und als ob man mit Holz Steine abbauen kann, ne? Ja, Hans geht! Das geht! Was, Per? Und darfst du so einen Holzblock aus einem Holzblock, äh, vier genau so gleich... Ja, oder darfst du durch Spinnenwege lange machen? Ja, das geht! Das geht vielleicht, wenn du Angst hast vor Spinnen. Boah, ich hasse Spinnen! Vor allem so, so kleine so, die finde ich nicht schön, aber wenn da so ein richtiger... Als ob du, als ob du so ein dicker Spinnen nicht eklig findest. So richtig... So richtig'n Brummer! Die, die, die finde ich ganz süß! Weil manchmal wache ich auf und dann, ohne Witz, dann ist da so ne... Vogel, mindestens ne Vogel! Per, äh, Nick, du musst mit'n Schwert... Ich hab' kein Schwert leider, deswegen... Hä? Hä, ich bin... Er hat ja auch Nick gesagt! Ich mein' ja auch Kai! Äh, ich mein' auch Nick! Kai? Wo ist Kai? Der kommt jetzt auf DTS! Ja? Kaaah! Will mal einer Bescheid sagen nebenan, dass Kai DTS... Soll ich mal im Anteer... Nein! Ach, nein! Ja, wir haben nur zwei Betten! Weil ich die mitgenommen hab! Wir müssen, wir müssen erst mal ein Schulterklopfer geben! Äh, wir machen... Wer am schnellsten Steak essen kann, der darf im Bett schlafen! Ich schlafe einfach so im Boden schlafen! Wir können auch nicht Steak essen! Was? Wir müssen auch vom See erzählen! Ja, okay! Ja, jetzt geht's! Wir können schlafen! Ähm, ja... Fick dich, Robi! Fick dich, Robi! Fick dich! Fick dich! Ich... Fick dich! Ich schlafe! Dann die anderen mal ganz schnell disconnecten! Nick geht schlafen! Ja, genau! Ich will schlafen! Und die anderen disconnecten, bitte! Warum jetzt ein Bett gönnen hin? Oder Tobi das? Ja! Boah! Ich kann Gott'n gar nicht machen! Bestimmt alter Tobi! Tobi, du bist mit dem Bett gönnen! Was soll das? Tobi! Tobi! Jetzt schmeiß das Bett hier hin! Tobi, warum redest du eigentlich nicht? Denkst du immer... Herr, geh doch raus! Ich hab' keinen Bock zu! Oder warum? Ich bin der Aufnehmer! Ja, aber das soll Tobias Bett nicht auf... Bin weg! So! Oh! Oh! Okay! Voll die Hack-Cheater! Ah, ich war schneller als Tobi! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie fehl, Mann! Ich guck so, weil... Ich hab' Angst! Ich hab' keinen Schwert! Ich hab' mich versteckt! Und meine Schaufel und meine Spitzhacke auch! Wo seid ihr hin, ihr Lappen? WTF? Was ist das denn hier? Ne, guck mal! Einfach so in der Gegend! Mein Hund hat gerade geschnarcht! Moped! Ja, den hat mich da hingebaut! Warum? Hey! Hey! Box jemand gegen unsere Tür! Na warte! Der kriegt jetzt erstmal auf der Popertze! Wo seid ihr hin? Hä? Ihr seid doch gerade noch unter mir! Wir sind wieder beim Haus des Welch! Mhm! Ich nicht! Ich bin glaube ich in den Umweg gelaufen! Ich hör's doch aus! Wenn der rumrempelt! Die alten alten Rampen-Sau! Wenn dann darfst, Basti! Ich sterb! Ey, lass mal hochgehen, oder? Ach! Ach ja, und lass erstmal, wir fangen jetzt in der Erzählstunde an! Basti, fällst du an, vom See zu erzählen! Okay, sag' ein Punkt! Treffen mit, ja, wo wir uns getroffen haben! Und Birgert Sicherheitsvorkehrung! Genau, wir sind um, lass mich lügen, war's 11 Uhr! Wir sind um 11 Uhr losgefahren! Wir haben uns um 10 Uhr, äh 10 Uhr waren wir alle da! Okay, ähm, ja genau, also, wo seid ihr nicht alle hin? Ach, jetzt kommt ihr euer Leben! Komm auf! Ähm, wir haben uns dann halt so alle getroffen, und sehen ungefähr, und, äh, und, genau, genau! Also, wir haben halt nur mit unseren wahren Freunden, äh, so ein Pär und ich nicht dabei! Oh, kackwurst, was machst du da? Facebook! Oh, jetzt seid kein Steinmeer! Ähm, ja, aber, Nick, ich kann das jetzt nicht mehr in Pär und ich halt so, äh, 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 ich bin 14! Er ist in den Zwischenschutzlös Okay Nein jedenfalls, dann haben wir uns getroffen Alles ganz chillig, alle noch ein bisschen verpennt Und das erste dann alle so richtig am Chillen Und mal kommt Kai Mit Bürgert Mit deiner Mutter Boah eigentlich muss Kai Und was ist da los Und Ähm Erstmal voll wieder am durchdrehen Es ist ein Kai's Mutter Ist kurz vor der Psychiatrie Nein Weil sie ist, sag ich mal so Sie ist eine Person für sich Genau, sie ist sehr nervös immer Boah warte, hier kannst du die Zum gesamten Band Äh, ist auch noch Ist auch noch Hä, nein, die hat doch ein Ding Ist der Freund Doch, klar hat die Nein Oliver ist nicht ihr Freund Doch, wie Wer Ich Oliver ist nicht ihr Freund Das ist ein Kollege Ich glaub die hat ein Freund Aber Können wir Kai fragen Nee Aber wenn nicht Ja, ist ja auch nicht Geil Auf jeden Fall noch so eine richtige junge Party Göhre Und Ähm Ja Die hier macht sich halt immer so übertrieben Mega viele Sorgen Um Kai Zum Beispiel, dass er so eine hässliche Tennis Kappe tragen sollte Die wahrscheinlich vom Jahr 1990 noch übergeblieben ist Und ja, auf jeden Fall hat sie erstmal voll rumgestresst Dass Kai sich eincremen soll Dass Kai die Kappe aufsetzen soll Dass wir einen Sonnenschlacht bekommen Und dass wir einen Sonnenschlacht bekommen Und dass wir einen Sonnenschlacht Und dass wir einen Sonnenschlacht Nicht in so einen Schlacht Und dass wir einen Sonnenschlacht Und Kai's Mutter eincremen lassen Schlacht im Nacken Okay, irgendwie mach ich das Wort Schlacht Das beste ist das wenn Kai im TS ist und wir heute im mp3 underwater kommen und wenn dann Kai Und dann kommt Kai dins mich und nach der komplette er redet dann immer so richtig witzig und du brauchst dich jetzt auch gar nicht so aufzuregen boiler oder er re JAM Ich hab keine Menge gehört wie er zu seiner mutter gesagt hat Ich schonze dich nicht. Klar, der beleidigt die auch. Ey, Nick, mach den facken wie deine Verleuchten. So. Grafe, im Stehen. Boah, Junge. Tobi, wer hat ADS? Spaß, die Tür jetzt abgebaut. Ich hab die abgebaut, wie bei so einem Kind. Das musst du schnell wegnehmen. Tobi, warte. Wir stoßen grad den Red. Warte, ich baue mal eine stille Treppe. Ich baue eine stille Treppe. So, wollen wir hochgehen? Tobi, auf die stille Treppe. Da. Da, auf die stille Treppe. Du musst jetzt noch genau... Irgendwie viele Redstone haben die, Alter. Nick, guck mal da. Tobi ist auf der Stelle, ja. Du musst eine Stufe nach unten gehen, Tobi. Ja, so. Jetzt müssen wir alle mit Steinen bewerfen. Steine gehen. Ketzer. Das sieht voll cool aus, wenn so Steine mir entgegenfliegen. Das ist toll. Ja, das ist genug. Okay, ähm, geben hoch, geben hoch, geben hoch. Mein Gott, Nick. Nick hat ein Radio. Das ist ein Notenblock. Das ist Rounds, Alter. Wir machen jetzt ein bisschen Musik. Ich mach von außen. Ach, muss er draufhauen? Ja. Warte, ich mach als erstes so fünf Schläge. Ey, kann... Ey, wie stellt man den her, Nick? Richtig einfach. Ein Redstone in der Mitte und rum rum Holz. Ja. Ach so. Und Diamant ist Pflanzenpferd, ne? Ja. Als ob ich sonst drei Stück gemacht hätte. Ach, oh Mann, zwei. Wie hält's jetzt an hört, Alter? Wie geht's auch so? Warte, lass mal so hell. Junge, Alter. Boah, Junge, wie geil das aussieht. Das sieht so aus wie so Subwoofer, ey. Subwoofer. Oh, Tobi! Das machen wir... Wir könnten uns davon 100... 500 Stück machen. Hör auf, du Spassi, Tobi! Ey, jetzt hab ich jetzt gehofft. Ah, hier ist die Schallplatte. Oh, Tobi! Habt ihr doch mal ein Diamant-Spieler gemacht. Ey, was? Alle leise. Ich mach Hintergrundmusik. Hör auf, Nick! Und du nimmst jetzt hier... Man muss dir alles wegnehmen. Chillig, Alter. Ich schwöre, hör ich auf den Tag. Uhr. Und ich hab noch keinen Tanz dazu. Mein Gott, Alter. Du bist ja voll der Faker von links. Sips LP. Von wem? Oh, warte! Warte! Der hat auch... Der hat auch so die gemacht hat. Wir müssen Hamburger Hänger machen, Alter. Warte einfach so. Ring, 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 ring. Banana for... So. Genügend gedudelt. Wollen wir hochgehen? Oh, ich hab ja nichts. Alles wichtige mitnehmen. Ich nehm die natürlich. Genau, alles mitnehmen. Stimmt jetzt. Alles vergessen jetzt. Kokosnüsse. Ich nehm das Gold. Einfach mit ne Kiste einfach alles draufklicken. Trolle. So unnötige Sachen wie Gravel und so, das lassen wir hier, ne? Gesundheit, Pär. Danke. Ist der Sattel wichtig? Ja. Unnötige Sachen lassen wir hier. Wenn ihr euer Metall vollkriegt, dann ballert einfach volle Kanne voll. Überall Sattel und Sattel sind überlebenswichtig. Sorry. Ey, wir haben 15 Gunpowder. Daraus mach ich gleich. TNT. Ey, wollen wir jetzt irgendwie nach oben einfach uns bauen? Also so mit Leitern? Weil dann könnten wir ja... Nicht mit Leitern. Lass einfach gerade hoch. Und dann machen wir so nen kleinen Kacksturm. Turm. Aber warte, ich hab ne geile Idee und dann... Nein, lass mit Leitern machen. Lass mit Leitern machen, Nick. Weil dann können wir hier wieder runter. Ne. Hör mir zu. Wir machen... Hier so zwei Tief. So und dann machen wir so Wasser rein. Wenn jemand ins Cave will, dann kann man ja hier direkt zwischen den Betten irgendwo Plumps fressen. Oder ich geh einfach hier lang. Egal, nein, wir machen... Ich hab ne bessere Idee. Ich hab ne bessere Idee. Ich hab ne bessere Idee. Ey, ich hab ne Cave gefunden. Mach bitte wieder auf. Ich hab keine Spitzlage mehr. Die ist gerade kaputt gegangen. Hier waren wir schon, Nick. Bau wieder zu. Bau wieder zu. Bau wieder zu. Pär. Oh. Oh Tobi, was machst du? Ja ich will auch hoch. Ja lass mich doch erst. Nein, ich nehm mich alleine. Ja wie soll ich denn, wenn du hier draus stehst, wie soll ich denn... Wie sollst du denn hochkommen? Warte. Alles in Ruhe. So. Von Ruhe sind wir gekommen. Da können wir den Weg einfach zurückgehen. Eine Antwort, Pär. Ah, ich werd geflutet. Oh Tobi, du baust hier immer alles auf. Wie kompliziert kannst du dir das Leben machen? Ja, auf nach oben. Los, 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 los. Am besten einfach da oben bauen und, äh, Stein draus setzen.